Das werden Sie auch wissen, oder, dass Frejas alles besser gewesen ist. Aber das mit dem besser gewesen, das ist natürlich ein Quaf, weil je älter, desto sieb, oder? Oder Saja, ne? Also unser Herrn Mani, ne? Und durch den Saja im Kopf, da rutschen die unangenehmen Erinnerungen durch und fortgeschwemmt sind's für immer. Ich bin jetzt auch hinter den geheimnisvollen Verdrängungsmechanismus gekommen, und zwar, weil die Schule wieder angegangen ist, ne? Der Ernst des Lebens. Der Ernst des Lebens, der dauert ungefähr bis zum Tod. Danach soll es angeblich wieder besser werden, ja, und also da hab ich in einem Prospekt für den Schulanfang, hab ich gelesen, wörtlich steht da drinnen, Schulranzenzett Samsonite Premium Basic Light. So heißt die Büchertaschen für Erschkessler-Scheinz, ne? Und der Premium Basic Light, der kostet 270 Euro und 75 Cent, ne? Da sagst du jetzt natürlich, ja, das waren doch früher einmal weit über, was, 500 Merkel oder was, ne? Da hast du doch ohne weiteres damals einen gebrauchten VW Käfer dafür gekriegt, ne? Der VW Käfer, weiß nicht was, das war damals ein richtiges Autofahrne, ne? Und jetzt, jetzt kostet das eine Büchertaschen, eine Büchertaschen seinerzeit, ne? Original Paperteckel, Linoleum verstellt, Handmade vom Großvater, ne? Die hat überhaupt nichts gekostet. Und wenn du das beim Kofferbanner gekauft hast, vielleicht 5 Mark, ne? Ja, aber jetzt kommt das mit Freias und Heid. Weil, was an den Schulranzenzett Samsonite Premium Basic Light für 270 Euro, was da alles dabei ist, ergonomisches Rückenpolster, Getränkeflaschenfach, Brotbox, Sicherheitsreflexband, Bodenwanne, Kottelzug mit Karabinerhaken, Überwurfdeckel, Organizerfach mit Dehnfalte für MP3-Player oder Handy. Stell dir mal vor, mit Dehnfalte, ne? Und dann nur ein extra Nassfach mit Schnellreißverschluss. Ein extra Nassfach. Für was, das ist das Nassfach, was ich auch nicht war, scheinbar zum Neubiesel, ne? Aber jedenfalls, jedenfalls kannst du auch keinen Vergleich mit Freias, oder? Ja, wenn du Freias nicht zu deinem Banknachbarn gesagt hast, schau mal her, du Bahnzipfel, was ich da hab, ein Samsonite Set Premium Basic Light mit Dehnfalte und Nassfach, was du, was du da gekriegt hast. Trämen wir Fotzen in der Pause, ne? Aber heute, heute, eine Selbstverständlichkeit, eine Büchertasche für 270 Euro, ne? Und wenn das Nassfach vollbrunst ist, wieder eine neue, ne? Da drohst du also schon mal ganz deutlich, dass heute doch alles besser ist und teurer und wesentlich blöder, ne? Und nicht zu vergessen, ein Organizerfach für MP3-Player oder Handy oder Smartphone, ne? Da kannst du am Hamburg vor der Schule MP3-Player und Smartphone, ne? Ja, da darfst du ja gar nicht dran denken, was wir am Hamburg vor der Schule damals gehabt haben, ohne den Organizerfach, ne? Praktisch nix. Mit der alten Sechzehner zum Radenauplatz vorgefahren und hinten an der Radbremse ein wenig kurbeln, dass wir vom Schaffner drüben eine Schellen gekriegt haben, zu zehnt, zu zehnt um einen Müllerswulf rumgestanden. Das ist der Juniorchef, wenn ihr ihn nicht kennt, der Müllerswulf vom Stempelmüller, ne? Der ist auch schon an die 75-Jätscher, der Juniorchef. Und das war aber, das war damals der Einzige, der eigene Zigaretten gehabt hat und gefragt hat, ob wir geschwind auch mal einen Schnapper machen dürfen, ne? Dann mit dem Brechtelsger hat in die vordere Sterngast gehatscht, weil da sein Großvater eine Bäckerei gehabt hat. Nussecken gratis bis zum Abwinken. Und daheim, daheim hat sich noch die Mutter gewundert, warum das mir schokladene Niss speihe, obwohl es zum Mittagessen einen Spinat gegeben hat, ne? Dann noch vom Däffnerswulf, ich weiß nicht, den wird er nicht kennen, ne? Der hat in der Eichenstraße gewohnt, ne? Weil er in seine strohigen Haare mit Bier eine Elvis-Bressley-Rolle reindrehen kann, vom Rübsamensheim sich auf Nimmerwiedersehen, Fuchzer Penningkleid, ne? Der hat's gehabt, ne? Dass man sich eine Portion Zitroneneis beim Antonio im Regina kaufen kann, ne? Oder die Mardler von den englischen Fräulein nachgespechtelt. Leider bloß mit den Augen, ne? Also, von so hammerartigen Tätigkeiten am Schulweg wie MP3-Playern und Smartphone keine Spur. Weil wir in unsere geschissene Büchertaschen kein Organiserfach gehabt haben, ne? Und da drühe siehst du, Fräulein war alles auf gar keinen Fall besser. Höchstens viel, viel schöner. Danke. Applaus Applaus Danke. 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 Danke.